Das Pariser Viertel Montmartre. Seine schockierenden Reize werden für einen jungen Maler aus der Provinz zum Lebensinhalt. Henri de Toulouse-Lautrec widmet sein künstlerisches Talent diesem einzigartigen Mikrokosmos. Er wird damit berühmt, genauso wie Montmartre durch ihn berühmt wird. Seine nächtlichen Streifzüge führen ihn in all jene Nachtlokale, die Paris als Metropole der Belle Epoque einem vergnügungssüchtigen Publikum bietet. Dort findet er seine Freunde und verewigt sie auf Plakaten. Die Varietés von Montmartre sind voll im Trend. Henri de Toulouse-Lautrec porträtiert hier die Kabarettisten, Chansonsänger, Tänzerinnen. Bis heute leben Montmartre, das Moulin Rouge und die Nachtlokale, genauso wie viele Kabarets, durch Toulouse-Lautrecs Bilder weiter. Badaboum, der Star des Kabarets Madame Arthur, zieht uns schelmisch in die Halbwelt von damals und heute. Hallo. Ein Monster. Hier, in der leichtlebigen Scheinwelt nächtlicher Bühnen und in der künstlichen Atmosphäre der kommerzialisierten Vergnügungen, findet Toulouse-Lautrecs seine Schauplätze, auf denen er die Menschen in unterschiedlichsten Charakteren und Rollen zeichnen kann. Zur Zeit der Jahrhundertwende besteht der Wunsch, die Wirklichkeit eher zu verdrängen. Im Gegensatz dazu betont Toulouse-Lautrec in seinem Kunstschaffen die ungeschminkte Realität. Das Moulin Rouge wird zum Treffpunkt der Pariser High Society und für Toulouse-Lautrec zum Brennpunkt seiner Inspiration. Noch heute lebt das Moulin Rouge vom Ruhm des Malers in der Belle Epoque und zieht mit seiner Glitzerwelt Menschen aus aller Welt an. Toulouse-Lautrecs erste Lithographie ist ein Plakat. Ein Schlüsselwerk sowohl für ihn selbst als auch für die Geschichte des Plakats an sich. Kaum plakatiert ist seine Kunst für die Straße in aller Munde. Eine Sensation. Tatsächlich macht das unerhört moderne Plakat das Moulin Rouge zum Mekka des Pariser Nachtlebens und die Tänzerin, La Goulue, zum Superstar. La Goulue und ihr Partner Valentin tanzen die Kadri, die von den Engländern French Cancan genannt wird. Jede Nacht begibt sich Toulouse-Lautrecs ins Moulin Rouge und zeichnet in kleiner Hefte alles, was er beobachtet. Valentin, der Schlangenmensch und La Goulue, die Gefräßige. Das mitreißende Paar erobert ihm nur das Publikum. Mit der diagonalen Komposition aus wippenden Federhüten und den tanzenden Beinen unter schwingenden Röcken entwickelt Lautrec einen neuen, kühnen Stil. Das Moulin Rouge ist am Ende des 19. Jahrhunderts das beliebteste Vergnügungslokal von Paris. Hier mischt sich das Vulgäre mit dem Aristokratischen, das reiche Großbürgertum mit dem lärmenden Volk, das sich talentiert in Szene setzt. Überall spürt man das euphorische Lebensgefühl der Belle Epoque, das Flair des fin des siècles. Ganz Paris beklatscht frenetisch Jane Avril, den anderen großen Tanzstar des Moulin Rouge. Sie ist mit Leib und Seele Tänzerin. Sie hat Beine, die sich wie Orchideen im Delirium bewegen, sagt die Presse. Während ihrer Auftritte behält sie stets einen ihrer ausladenden Hüte auf, in die Toulouse-Lautrec so vernarrt ist. Für kurze Zeit ist sie wohl die Geliebte des Malers. Seine Freundin und Muse bleibt sie ein Leben lang. Wie beginnt die Geschichte von Toulouse-Lautrec? Wo kommt er her? Hier im Schloss du Bosque, in der Nähe von Albi in Südfrankreich, hat Henri de Toulouse-Lautrec seine Kindheit verbracht. Ein reizendes Kind, voll Zärtlichkeit und Stolz. Er wird Petit Bijou, kleines Juwel genannt. Henri de Toulouse-Lautrec-Montfas wird 1864 in Albi geboren. Er ist der erste Sohn des Comte Alphonse de Toulouse-Lautrec-Montfas und der Comtesse Adèle Tapier de Selyron. Das Chateau du Bosque liegt hoch über dem Tal des Flusses Vior im Südwesten Frankreichs. Die Grafen von Toulouse gehören mit ihren Privilegien und ihrem großen Landbesitz seit dem frühen Mittelalter dem französischen Hochadel an. Das illustre Geschlecht lässt sich bis zu Karl dem Großen zurückverfolgen. Toulouse-Lautrecs Vorfahren spielen bei verschiedenen Kreuzzügen eine wichtige Rolle. Der erste Spross erhält traditionsgemäß seinen Namen nach einem Urahn. Und so nennt man den kleinen Stammhalter nach Henri dem Fünften, dem Graf von Chambord und letzten Abkömmling von Ludwig dem Fünfzehnten. Alphonse, der Vater Henri's, ein Offizier der Dragoner, ist sportlich, aber auch exzentrisch. Ganz anders die Mutter. Ruhig, gebildet, religiös. Eine heilige Frau, sagt Henri, die der schicken Kavallerieuniform nicht widerstehen konnte. Die Eltern sind Cousin und Cousine ersten Grades, doch extrem gegensätzliche Charaktere. Sie werden bald getrennte Wege gehen. Im Schloss du Bosque lebt jetzt Nicole Tapier de Saliron, eine Großnichte mütterlicherseits. Sie hat ihr ganzes Leben Toulouse-Lautrecs gewidmet. Damals war es üblich, in der Hauskapelle täglich die Messe zu zelebrieren. Der junge Henri, der lieber seinen Spass hatte, schwänzte so manchen der langen Gottesdienste. Toulouse-Lautrecs hatte wie alle, wie auch ich, das, was man Gottvertrauen nennt. Man glaubte an Gott und stellte das nicht in Frage. Die Religion war Teil des Lebens der ganzen Familie. Ich sage nicht, dass sie alle in die Kirche gingen oder Heilige waren, aber meines Wissens nach war das religiöse Leben der Funke, wenn man das so sagen kann, für das weltliche Leben. Nicole Tapier de Saliron bewahrt im Schloss mit all dem authentischen Dekor die Erinnerung an Toulouse-Lautrec, der die Familie berühmt gemacht hat. Um den Künstler zu feiern, werden hier immer wieder große Staatsmänner empfangen. Jetzt blättern wir im Familienalbum. Über die Jahrhunderte bleibt das Schloss du Bosque ein Ort für Familientreffen und Jagden im großen Stil. Edle Pferde und imposante Gebäude sind die letzten Zeichen verflossener Macht. Reminiszenzen einer Zeit, in der Adelige als Ritter agieren. Das Haus war besonders beliebt, weil dort mehrere Generationen wohnten. Seit den beiden Großmüttern des Malers lebten dort mehrere Familien. Die Generationen folgten aufeinander. Es gab sehr viele Kinder und darüber hinaus zahlreiches Personal. Ich würde sagen, es wohnten dort so viele Leute, dass es fast wie ein Dorf im Hause schien. Die Männer dieses Hauses waren leidenschaftliche Jäger. Und Lautrec wäre es auch geworden, wie sein Vater, sein Grossvater und alle diese Herren. Und die Damen? Sie werden sich hauptsächlich mit denen in dieser Zeit für Frauen typischen Aktivitäten beschäftigt haben. Sie waren exzellente Hausherrinnen. Man kann sagen, alles war peinlich genau geregelt. Mitten in dieser Traumkindheit geschieht eine Katastrophe. Mit 13 Jahren fällt Henri vom Stuhl und bricht sich den Oberschenkel. Ein wenig später auch den zweiten. Die Beine wachsen von nun an nicht mehr normal weiter. Vermutlich ist die Knochensubstanz durch die Blutsverwandtschaft seiner Eltern geschwächt. Sein Schicksal ist besiegelt. Er wird ein Zwerg bleiben. Schon Generationen vor Henri schätzt die Familie das Zeichnen als beliebten Zeitvertreib. Der Junge zeichnet seit frühester Kindheit. Noch bevor er schreiben kann, signiert er mit einem Ochsen. Er malt die Tiere aus den Wäldern der Umgebung, die Pferde, die er liebt. Zuweilen verbringt er seine Zeit auch in Albi, eine am Flusstown gelegene Provinzstadt, die jahrhundertelang mit Toulouse konkurriert. Mehrere Behandlungen werden in seinem Geburtshaus ausprobiert. Vergeblich. Die Krankheit zwingt ihn zwei Jahre lang zu liegen. Er malt umso mehr. Seiner Großmutter schreibt er, dass es ihm den Umständen entsprechend gut geht. Ich bin auch nicht sehr behindert und hoffe, dass sie sich meinetwegen nicht zu sehr grämen, zumal ein ungeschickter Kerl wie ich das nicht verdient. Er malt die Pferde, die er nicht reiten kann. Bauern beinahe im Geist Cezannes. Und das Schloss du Bosque, eine seltene Landschaftsdarstellung in seinem Werk. Es scheint, als ob sich die glückliche Kindheit endgültig entfernt. Die Folgen sind erschreckend. Der kleine Prinz hat sich mit seinem grotesken Erscheinungsbild abzufinden. Die Behinderung schließt ihn jedoch aus dem gesellschaftlichen Leben fast aus. Die Mutter, immer mit gesenktem Blick dargestellt, wird seine große Stütze sein. Die Einfühlungsgabe, mit der er sie malt, zeigt seine innige Verbundenheit. Der Vater liebt leidenschaftlich das Reiten, die Jagd und die Falknerei. Der Exzentriker bemerkt, sobald man in unserer Familie einmal getauft ist, sitzt man im Sattel. Als er die Hoffnung aufgeben muss, aus seinem Sohn einen Jäger und Abenteurer zu machen, zeigt er ihm gegenüber kaum noch Interesse. Das Geburtshaus von Toulouse-Lautrec ist heute im Besitz der Familie seines Grossneffen, Bertrand d'Ovignot. Man hat viel über die Frage diskutiert, ob Toulouse-Lautrec, wenn er nicht körperlich gehandicapt gewesen wäre, ein grosser Maler geworden wäre. Es ist schwer zu beantworten, aber man kann vielleicht sagen, dass er schon im Alter von sechs oder sieben Jahren sehr trefflich zeichnen konnte. Er war damals schon besser als sein Onkel und sein Vater. Man sieht hier schon den Anfang eines grossen Künstlers. Alle sind sich einig, dass er eine grosse Persönlichkeit mit allen Anzeichen eines Genies war. Man kann sich vorstellen, dass sein Leben anders verlaufen wäre, wenn er ein Mann mit normaler Konstitution gewesen wäre. Aber sein Talent wäre auf die eine oder andere Weise zum Vorschein gekommen. 1881 bekommt Toulouse-Lautrec mit 17 Jahren seinen ersten Kunstunterricht. Die Eltern akzeptieren, dass Henri seinen Weg als Künstler machen will und gewähren ihm finanziellen Unterhalt. Er geht nach Paris. Die gehobene Gesellschaft der Belle Epoque stellt ihren Reichtum zur Schau. Henri ist begeistert von diesem neuen Leben in der Metropole. Er schaut und staunt. Die breiten Promenaden, der dichte Verkehr mit Kutschen und ersten Automobilen, Die großen Geschäftshäuser kündigen bereits das moderne Leben an. Ein Freund seines Vaters, René Prancetot, ein Tiermaler, erteilt ihm Unterricht. Und wieder inspirieren ihn die Pferde. Im Atelier des Malers Cormand trifft er Emile Bernard und später Vincent van Gogh, mit dem er rege diskutiert. Mit einem professionellen Modell malt Lautrec seinen ersten weiblichen Akt. Obwohl Frauen sein Thema sind, wird die Aktmalerei keine große Rolle in seinem Werk spielen. Carmen, genannt Rosa LaRouge, wird wegen ihrer roten Haare eines seiner favorisierten Modelle. In der Intensität des Blicks offenbart das Porträt schon typische Merkmale von Lautrecs Kunst. Am Abend gingen mein Grossvater und Toulouse-Lautrec zu den bekannten Treffpunkten. Sie waren ja junge Leute. Jeden Abend gingen sie in die Nachtlokale, die gerade innen waren. Toulouse-Lautrec tyrannisierte meinen Grossvater. Er machte sich oft über ihn lustig, benutzte ihn ein bisschen als seinen Prügelknaben. Er war wohl sein ganzes Leben auf der Suche nach Zuneigung und fand sie wahrscheinlich bei meinem Grossvater. Im Gegenzug bot er ihm harte Ironie, aber sie waren zweifellos ein unzertrennliches Paar. Und so kannte man sie in Paris, den Grossen und den Kleinen. Der Spross eines Adelsgeschlechts, der kleinwüchsig geblieben ist, entwickelt sich zum Maler einer Gegengesellschaft. Er verewigt die Stars der Varietés, die Prostituierten des Bordells. Alle, die die Etikette seines Milieus ignorieren und die sich das Recht nehmen, anders zu sein. Toulouse-Lautrec führt ein Nachtleben. Rasch ist er in den Innlokalen bekannt. Man reserviert ihm einen passenden Platz, damit er seine Skizzen machen kann. Fulminant wirbelt die Amerikanerin Louis Fuller ihre Schleier im bunten Scheinwerferlicht. Das Publikum reagiert mit Begeisterungsstürmen. Louis Fuller mochte das Bild nicht und so wurde kein Plakat angefertigt. Videgar, den er mehr als jeden anderen Zeitgenossen verehrt, malt Toulouse-Lautrec mit terpentinverdünnten Farben auf den ungrundierten Karton. Wenn die Farbe trocknet, kommt sie in der Wirkung dem Pastell recht nah. Lautrec ist nicht der Entdecker dieses ungemein anregenden Montmartre-Milieus. Auch Degas und Foran halten es auf ihren Bildern fest. Ihre Perspektive aber ist die eines kühlen Voyeurs. Toulouse-Lautrec hingegen übertrifft sie alle mit seinem Beobachtungsdrang, der auf das menschliche Dasein zielt. Er mag die Snobs nicht und band ihre Schwächen in seiner Malerei. Er hat nie kritisiert oder moralisiert, wodurch seine Werke nie Karikaturen oder reine Abbildungen wurden. Er beobachtet, ohne zu werten. Überall und immer hat das Hässliche seine bezaubernden Aspekte, sagt Toulouse-Lautrec. Es ist erregend, sie dort zu finden, wo niemand sie bisher bemerkt hat. Toulouse-Lautrec steht vor einem Werk von Jules Chéret, dem Plakatmeister der Zeit. Der 26-jährige Lautrec entwirft ein neues Plakat. Mit seinem völlig anderen Konzept wird er über Nacht stadtbekannt. Im Herzen des Montmartre, in den Theatern, Cafés, Cabarets und Bordellen, beginnt er mit seiner Malerei systematisch die Frauen zu erforschen, die ihn mit ihrer elektrisierenden Erotik animieren. Frauen sind seine Musen, manchmal seine Geliebten, aber vor allem seine Modelle. Einige Beziehungen bleiben nicht ohne fatale Folgen. Eine schmerzliche Liebesgeschichte erlebt Toulouse-Lautrec mit Suzanne Valadon, selbst Malerin und Mutter von Maurice Utrilio. Das gemeinsame Atelier wird Treffpunkt der Malerfreunde, wo alle aufs Großzügigste mit selbst gemixten Cocktails bewirtschaftet werden. Selbst der Scheu van Gogh zeigt seine Bilder in dieser Runde. Die Beziehung mit Suzanne Valadon endet nach zwei Jahren, nachdem Lautrec sich weigert, sie zu heiraten. Nur dieses eine Mal beweist er Standesbewusstsein. Lautrec ist auch häufiger Gast in den Bars rund um die Madeleine, mit einem Stammplatz, von dem aus er das Geschehen überblicken kann. Um zu vergessen, ergibt er sich dem Alkohol, dem Portwein, dem Absinth. Die Tage werden zu Nächten. Er frequentiert zunehmend die renommierten Bordelle von Montmartre. Gern wird er in den Etablissements der Galanterie empfangen, im Zwielicht der Verruchtheit und der Lustbarkeiten. Luxus und Gosse liegen ganz nah beisammen. Der Puff als die erste Form der Unterhaltungsindustrie. Toulouse-Lautrec hockt bei den Prostituierten, wenn sie sich abends auf die Arbeit vorbereiten. Hier, in dieser Halbwelt, fühlt er sich ohne Vorbehalt akzeptiert. Er glaubt nicht, dass ihm wahre Liebe je zuteil werden kann. Auf diesem Gebiet beteiligt er sich lediglich als Wilderer. Er zieht sich oft wochenlang ins Bordell zurück, um dort Szenen des Alltags der Frauen zu zeichnen. Er braucht die Nähe von Menschen. Immer wieder überfällt ihn Angst vor dem Alleinsein. Das berühmte Bild, der Salon in der Rue des Moulins, zeigt die Damen des Bordells. Sie warten auf ihre Kunden, teilnahmslos, fast dem Leben entrückt. Die Farbtöne rufen eine Art Treibhausatmosphäre hervor. Rechts sitzt Madame, die für die Ordnung und das Ambiente des Hauses zuständig ist. Umgeben von Spiegeln in einem fensterlosen Raum warten die Frauen resigniert in ihrem Ghetto. Toulouse-Lautrec malt keine erotischen Körper. Sein Blick erfasst den psychischen Zustand, der sich in den Gesichtern und Körpern der Frauen, mit denen er befreundet ist, ausdrückt. Lautrec malt Szenen von Frauenpaaren mit großer Zärtlichkeit. Eine Andeutung an lesbische Beziehungen, die unter den Dirnen häufig waren. Die Farbklänge Pink, Türkis und Gelb verweisen auf die fragile Künstlichkeit ihrer Welt. Lautrec lässt die Prostituierten in ihrer Würde, aber auch in ihrem unnahbaren Elend erscheinen. Ein Bild wie der Wäschemann, gemalt im Stil von Daumier, ist selten in seinem Werk. Aristide Bruand, ein populärer Chansonnier, nimmt kein Blatt vor den Mund gegenüber denen, die, wie er es nennt, mit dem Silberlöffel im Maul zur Welt kamen, gegenüber den Dandys und ihren Luxusnutten. Ganz Paris gefallen seine Pöbeleien. Bruand ist der erste bedeutende Vertreter des realistischen Chansons, wie wir es heute durch Idit Piaf oder Jacques Brel kennen. In den Kabarets der Avantgarde vergisst Lautrec das Standesbewusstsein. Aber eine sozial engagierte Kunst bleibt ihm fremd. Später übernimmt Bruand das Lokal Le Lapin-Gilles. Bruand formuliert seine Texte in deftiger Umgangssprache. Mit schneidender Stimme singt er von Dirnen, Zuhältern, von Mördern und Abenteurern. Lautrec zeigt Bruand prachtvoll in seiner Arroganz, mit treffendem Strich und mit Farben, die hart aufeinanderstoßen. Die Modernität des Plakats hat zunächst nicht allen gefallen. Bruands Lapin-Gilles wirkt noch heute authentisch. In den Chansons von damals lebt der Geist von Montmartre weiter. Du Deutsch von Mol rowber geist von Montmartre. Du Rhigh Uni officiell sai auch auf dem Schlitz in meiner добр�boligunde Kommboards pro Re Chairman bei Matthäusch. Geist von Montmartre weiter. Geist von Montmartre'arte ein Weismerger. Geist von Montmartre! Geist von Montmartre. Yvette Gilbert, eine Art Sarah Bernat des Musicals, verunglimpft die Laster ihrer Mitbürger und bringt sie dazu, über sich selbst zu lachen. Als kleine Diva, als Yvette fin des Yècle, feiert Didi Seuss und Sängerin im Café Concert große Erfolge. Toulouse-Lautrec ist von ihrem scharfen Verstand begeistert. Die pointierten Texte und ihre langen schwarzen Handschuhe werden zu ihrem Markenzeichen. Ihre Reaktion auf Lautrecs Porträt ist eindeutig. Du kleines Monster, warum machst du mich so hässlich? Die plötzliche Anerkennung seiner Plakate ermutigt ihn, auf dem Gebiet der Lithographie zu arbeiten. Er realisiert an die 400 Lithographien und 30 Plakate in kaum zehn Jahren. Genauso wie Dommier 50 Jahre früher und wie Picasso 50 Jahre später, probiert er alle technischen Möglichkeiten aus. Toulouse-Lautrec zeichnet direkt auf den Stein. Die Farblithographie konkurriert mit der Malerei. Im Divin japonais gewinnt die Fluchtlinie eine unerhörte Radikalität, ohne dass die Komposition grob und unsensibel wird. Die besonderen Möglichkeiten der Lithographie inspirieren Lautrec zu Zeichnungen voller Kühnheit. Er vereinfacht die Form zu großen Farbflächen. Die Neuigkeit von seinen Grafiken lässt sich ohne den Einfluss japanischer Holzschnitte nicht vorstellen. Das rotblonde Mädchen, das sich im Konfettiregen den Hut richtet, wirkt durch die Vereinfachung ihrer Gesichtszüge fast schon wie eine Vorläuferin der Comic- und Disney-Heldinnen. Die Blondine wirbt für Konfettipapier. Das Kleid als einheitliche Farbfläche, die auf Rot und Schwarz reduzierte Farbigkeit. Auch hier ist wieder der Einfluss japanischer Holzschnitte erkennbar. Die Engländerin May Belfort gastiert in den Café Concert. Ihre frivolen Lieder finden Anklang. Ein Jahr lang fertigt Toulouse-Lautrec die Illustrationen für die Revue Blanche, eine führende Zeitschrift für Kunst und Literatur. Die Frau des Herausgebers, Misia Nathanson, schmückt das Cover. Das Plakat drückt die Bewunderung aus, die Toulouse-Lautrec für die Schönheit, Eleganz und Intelligenz von Misia empfindet. Jedes Detail ihrer Erscheinung wird zum Kunstwerk stilisiert. Unwiderstehlich verhext Misia die Enkelin eines russischen Fürsten den ganzen Kreis der Revue Blanche. Lautrec entwirft dieses Werbeplakat für seinen Freund, den Fotografen Sesko. Die Augenblicklichkeit einer Fotoaufnahme fasziniert Lautrec, der den zufälligen Moment in seinem Werk einfangen will. Er bestellt oft Fotos seiner Modelle als Vorlage. In Rennes de Joie, einem Skandalroman, verliebt sich ein alter Bankier in eine Dirne. Die Mischung von Grün, Orange, Gelb, Rot kündet bereits von der Eigenständigkeit der Farbe im 20. Jahrhundert. Lautrec analysiert sich nachdenklich in dieser Fotomontage. Ohne Selbstmitleid karikiert er sich selbst ironisch. Oft ruft er aus, das Leben ist schön, man ist hässlich, aber das Leben ist schön. Mit einer menschlichen Zuneigung, wie Van Gogh, beobachtet Toulouse-Lautrec die Gesten der Prostituierten im Alltag. Nirgends stößt man auf zynische oder obszöne Momente. 1896 erscheint die Grafikmappe L. Das Fehlen jeglicher pornografischer Darstellungen enttäuscht die Erwartungen potenzieller Käufer, die die Poesie der Alltagsszenen nicht wahrnehmen. Kommerziell ein Misserfolg zählt die Mappe jedoch zu den grafischen Glanzlichtern des 19. Jahrhunderts. Das Bordell bietet dem Künstler Lautrec ein unerschöpfliches Thema. Außerdem versucht er hier, seine zunehmenden Depressionen zu kurieren. Als Gast des Hauses herrscht er wie ein verwöhntes Kind. Verkleidet sich, feiert mit den Damen bis zur völligen Erschöpfung. Das exzessive Amüsement ist andererseits auch eine beinahe verzweifelte Lebensbejahung. Eine übersteigerte Fröhlichkeit. Ein kurzer Moment des Vergessens. Lautrec teilt hier nicht nur intime Augenblicke, sondern auch die Ängste und die manchmal naiven Träume von einer bürgerlichen Zukunft. Die Frau in dieser Lithographie, ein fast elegischer Abgesang auf die weibliche Schönheit, die Lebensfülle verkörpert. Es existiert allein die Figur, die plastische Form annimmt. Im eng abgegrenzten Reich begegnet Toulouse-Lautrec die gesamte Bandbreite des Lebens. So viele Gefühle. Am Toilettentisch eine Dirne. Ein Dialog der Melancholie mit dem Spiegelbild. Montmartre am Tag. Ein Dorf für sich. Mitten in einer riesigen Stadt. Fast ohne Kontakt zu anderen Teilen von Paris. Zu Toulouse-Lautrecs Zeiten ein Künstlerviertel. Heute Anziehungspunkt von Touristen, die dem alten Flair nachspüren wollen. Vom höchsten Berg der Metropole wacht die Basilika Sacré-Cœur über das berühmte Viertel. Es ist Dämmerung und der Montmartre bekommt sein Nachtgesicht. Die Damen fangen ihre Arbeit an. Lautrec zieht mehrmals mit seinem Atelier um, bleibt aber immer auf dem Montmartre. Für ihn beginnt nun eine düstere Zeit. 1898 ist Toulouse-Lautrec kaum mehr fähig, ohne die Euphorie des Rausches zu arbeiten. Er ist immer weniger produktiv. Angstneurosen, Wahnvorstellungen sowie tiefe Depressionen zehren an seinen Kräften. Darüber hinaus lassen sich die Symptome der Syphilis, an der er seit langem leidet, nicht mehr leugnen. Geldprobleme kommen hinzu. Die Familie schränkt seinen finanziellen Spielraum ein. Seine Mutter verlässt schließlich Paris, weil sie nicht hilflos zuschauen möchte, wie sich ihr Sohn zugrunde richtet. Nach ihrer Abreise verfällt Lautrec immer mehr dem Alkohol. Nach einer heftigen Krise, einem Delirium Tremens, das im Bordell in der Rue de Moulin ausbricht, muss Toulouse-Lautrec in eine psychiatrische Klinik in Neuilly eingeliefert werden. Seine Mutter bemüht sich, dass er medizinisch gut versorgt wird. Nach drei Monaten verlässt er die Klinik in Begleitung eines entfernten Verwandten, Paul Viau, der von nun an dafür sorgen soll, dass er nüchtern bleibt. Eine schwere Aufgabe. Der Aufpasser scheitert. Toulouse-Lautrec lässt sich einen Gehstock anfertigen, in dessen Inneren er den hochprozentigen Trank des Vergessens verstecken kann. Er trinkt heimlich, dann offensichtlich. Unzugänglich für Mahnungen antwortet er, einverstanden, man muss wenig trinken, aber oft. Häufiger flüchtet Toulouse-Lautrec sich in die Bordelle, dem einzigen Ort, an dem er sich aufgehoben fühlt. Machtlos müssen seine Freunde dem Verfall zusehen. Am Ende meidet er sie, um seinen schlechten Zustand zu vertuschen. Der Lebenswandel der letzten Jahre gleicht einem langsam schleichenden Suizid. Die menschliche Tragödie ereignet sich in jenen Kulissen, in denen er sein ganzes Leben verbrachte. Die Akteure, die sein künstlerisches Werk prägen, begleiten ihn. Es dauert nicht mehr lange, bis der letzte Vorhang fällt. Sein Leben dreht sich im Kreis. Ein Spiel ohne Netz. Wie im Zirkus, den er so gerne hat. Er liebt die Traurigkeit der Clowns und auch die Einsamkeit, die sie umgibt. Auf sich zurückgeworfen, finden sie sich allein in einem Raum. Seitdem Toulouse-Lautrec sich wegen seiner Krankheit schonen muss, versucht sein Freund, der Schriftstelle Tristan Bernard, ihn abzulenken. Sonntags gehen sie oft ins Velodrom, zum Radrennen, das große Mode ist. Toulouse-Lautrec entwirft ein Werbeplakat für einen Kettenhersteller. Um ihn auf andere Gedanken zu bringen, schickt man Toulouse-Lautrec auf Reisen. Er scheint zu gelingen. Das Plakat Salon des Sens zeugt von einem bewegenden Erlebnis. Lautrec befindet sich auf einer Fahrt von Lavre nach Bordeaux. An Bord begegnet er einer Passagierin, die ihn fasziniert. Er zeichnet sie, aber spricht sie nicht an, obwohl er ihretwegen bis Lissabon mitfährt. Sie bleibt für ihn unerreichbar. Sein letztes Bild malt er in einem anderen Stil. Das medizinische Examen seines Cousins Gabriel erweckt den Eindruck, als ob er selbst, Toulouse-Lautrec, auf Herz und Nieren geprüft werde. Es fällt das Urteil. Am Ende seiner Kräfte wird Lautrec in die Nähe von Arcachon, ins Schloss Malromé, das seine Mutter erworben hat, gebracht. Die Folgen der Syphilis und des Alkoholismus sind verheerend. Ein Schlaganfall führt zur Lähmung beider Beine. Seine Mutter hat stets an ihren Sohn und seine Kunst geglaubt. In seinen letzten Tagen sagt er zu ihr, nun gehöre ich dir. Ich weiß, dass ich sterben muss. Und so ist alles in Ordnung. Wie gut, dass du mir endlich so viel Tee machen kannst, wie du nur willst. Lautrec fühlte sich in Malromé schon sehr elend. Und er bat seine Mutter um den Besuch eines Priesters. Als der Pfarrer kam, sagte Lautrec vollkommen klaren Verstandes, es wäre gut, wenn sie das nächste Mal, wenn sie kommen, das geweihte Öl und ihre kleine Glocke mitbringen. Er wusste genau, es würde die letzte Ölung sein. Er ist sehr krank und sich über seinen Zustand bewusst. Er stellt fest, es ist verdammt schwer, das Sterben. Zu seinem Vater, der an sein Sterbebett kommt, sagt er, ich wusste schon, dass du das Halali nicht versäumen würdest. Im Gegensatz zu seiner Mutter bleibt dem Vater das Werk seines Sohnes verschlossen. Er hält ihn für einen Dilettanten. Am 9. September 1901 stirbt der Künstler. Im Alter von 36 Jahren. Was im Werk Toluse-Lautrecs fasziniert, ist nicht die subjektive Sicht eines verkrüppelten Außenseiters, sondern die Modernität selbst, das Recht zur Deformation, zum Marginalen, zum Anderssein. Picasso besaß ein Plakat von ihm. Durch Lautrecs Impuls macht Matisse die Linie zum wichtigsten Element seiner Zeichnung. Für den Filmemacher Fellini ist Toulouse-Lautrec wie ein Freund, weil er sich offen zu den Verachteten bekannte und weil er Bildausschnitte des Films schon beinahe vorweggenommen hat. Toulouse-Lautrec findet in jeder Figur, die er malt, die Essenz des Humanen. Was wäre aus ihm geworden, wenn er nur die Apparnagen des Grafen genossen hätte? Sein körperliches Gebrechen, sein Leiden, auch die Noblesse seines Charakters haben dem Künstler zur Befreiung von den Konventionen der Kunst und der Gesellschaft verholfen. Sein Werk sprengt die Grenzen, um zur vibrierenden Schrift der Epoche und zu einer Quelle der Moderne zu werden. Sollte Epoche Sollte Epoche Vielen Dank.